willkommen zu einem neuen song von le losa ich muss ehrlich sagen ich kann ihn gerade gar nicht einschätzen wer das war welche richtung weil ich sehe auch gerade ich habe noch nie was von dem angehört ernsthaft noch nie ein song gehört gar nichts le losa habe ich echt noch nie bei dem reingehört irgendein remix oder feature habe ich doch von ihm gehört mindesten ja ich wollte gerade sagen mit boondock ich wollte gerade sagen der also irgendwoher kenne ich den doch aber ich sehe gerade gang science war auch dabei ja stimmt gang size natürlich aber sonst krass okay dann würde ich sagen gehen wir rein 200k was ist das schon wieder für ein start hier meine oh jimmy torio und stupid lou jimmy legende was ufo angeht muss man einfach so sagen stupid immer immer krasser immer mehr kommt da ein mix von green tea master von carbonara studios das fand ich immer so geil carbonara studios alter krieg schon wieder hunger na junge junge okay ja ich lasse auch video laufen tschüss ja 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 wir wissen ganz genau warum damit der feueralarm nicht angeht du schlingel ich finde ist das flashing lights von kanye west bruder das ist eins zu eins das ist flashing flashing lights 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 okay jetzt bin ich gerade ein bisschen ja ich muss sagen habe ich ja vorhin schon gemeint ne sosala m von mir aus noch diese ganze reese ecke und und unten wir haben in deutschland echt so viele camps sage ich jetzt mal viele richtung frankreich natürlich und so weiter aber die gehen halt noch so voll richtung army und das finde wirklich geil dass wir da wenigstens noch so dieses dieses camp haben sag ich mal ne ja das ist eine geile stimme gemischt mit so einem harten vollen beat ne sehr ästhetisches video muss man auch sagen keines will mit mir auf den honeymoon sorry kleines hat so viel zu tun mit mein charakter hier in ihr tagebuch sie muss draus denn ich schick sie back to school ja sie möchte wieder biefer bei ich geh raus ja diese geile ja mehr auf ungefähr 200 ja 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 Der DJ spielt der Song, sie hört nur lauter Booms. Ich hitte siege Go. Ich kann es ehrlich sagen, das ist kein Song, wo man irgendwie Pause drücken muss und irgendwas sagen muss oder so. Es ist einfach ein schöner Flex-Song, aber irgendwie auch so eine, der hat eine geile Melodik in der Stimme. Der hat eine schöne Stimmfarbe, die geil durch den Beat durchkommt. Angenehmer Typ, alter. Guter Typ. Lelosa, alter. Ja, es kommen immer mehr, langsam ist der Underground am Start, man. Das finde ich geil. Chin Do Jun, alter. Einfach Song Goku. Ja, man, so muss es sein. Ich habe keine Ahnung an manchen Stellen, was er mir erzählt, aber es sind geile Geräusche. Keine Ahnung, was er mir erzählt, aber die Melodie ist cool. Sie hat ein Bubble Bar, kann es nicht verstehen. Sie denkt, ich bin allowed, doch ich will noch kein Ding. Ja, I got my pants, I got my shit. Ich make some GBG mit fucking Givenchy. Dann gehen wir auf die Stich, dann gib's some fucking Pits. Ich brauche keine Tipps, geh weg von mein Dick. Ich muss mich da mehr reinfuchsen, Alter. Ich merke, ich merke, ich lecke gerade so an, lecke, also ein Leck. Es fehlt mir an Underground-Künstlern, die so in diese Ami-Richtung gehen. Ich muss sagen, da bin ich zu wenig drin. Also ich bin da, glaube ich, wie gesagt, mit Mucho etc. in einer ganz anderen Richtung. Oder halt wirklich so diese Hardcore-Französische oder Spanische Richtung oder sowas. Aber so Ami bin ich halt gar nicht mehr der Fan gewesen, muss ich sagen. Gar nicht mehr so groß. Aber die machen das geil. Diese ganze Gruppe macht das geil. Jetzt Boondog noch dazu. Von mir aus noch ein Ramsey. Ich brauche mal wieder einen Ramsey-Song, der auf die Fresse geht, Alter. So generell diese Ecke, ne? Finde ich sehr, 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 sehr cool, Mann. Sehr schön. Lelossa. Lelossa. Lelossa.